Ich habe mir einen richtig geilen Sommersnack gefunden. Ich hatte einfach Lust auf Müsli, aber hatte keins und ich wollte es zu mir kalt haben. Dann habe ich einfach Banatäpfel genommen, die gefroren sind, hat die einfach in der Schale reingekippt und dann einfach ein bisschen Milch rein. Erst Müsli, dann Milch, ne? Ich habe ein bisschen gewartet und umgerührt und die Milch ist halt auch eingefroren. Ich habe sie noch so ein bisschen umgerührt. Man sieht, das friert einfach ein. Dann habe ich hier irgendwie so, ich weiß nicht, was ist, so ein Müsli-Slush-Eis-Frucht-Ding? Ich weiß nicht, wie ich es nennen soll. Mal voll erfrischen.